Hallo, ich bin der Elias, ich spiele beim VfR Lindenhäusen und wir trainieren heute mit Tobias Feisthammel. Genau, der VfR Lindenhäusen trainiert mit Tobias Feisthammel hier in der Soccerhalle in Kohlscheid. Wir sind heute nach drinnen gegangen, denn in den letzten Wochen war es ziemlich stürmisch draußen und hier drinnen kann man, glaube ich, etwas besser trainieren. Die Jungs haben uns ein ziemlich cooles Foto eingeschickt, richtig dreckverschmiert. Das ist das hier, ganz getreu der Alemannia-Kampagne Auf Gedeih und Verderb. Und gewonnen habt ihr ein Training mit Tobias Feisthammel. Tobi, was wirst du machen mit den Jungs? Ja, wir werden heute so trainieren wie wir bei der Alemannia trainieren und ein bisschen Passspiel am Ende in ein Spielchen. Und ich hoffe, dass es denen natürlich Spaß macht. Dann los geht's! Wir werden heute so schnell im Fahr лайkund ab. Und ich Unlike demząd Heart vor Augen, einfach gem integriert. Jetzt sind wir jetzt hier mit Besuch in den D מע internacional hervor zu bleiben. Und ich glaube, dass es heute soalta ist, wenn es nach Jonas ein cooles Kampagne ist. Aber schon taue hervor. Und ich hoffe, dass es jetzt uns einen koppelwirkt, richtig Font質sleben au musisini mitzuleiten. Ja, das war das Training des VfR Linden-Neusen hier im Sportpark Kohlscheid mit Tobias Feisthammel. Tobias, du hast das Training mit den Jungs gemacht, sind ein paar Talente dabei? Ja, auf jeden Fall, haben alle sehr gut mitgemacht und der eine oder andere war natürlich da mit großem Potenzial und ich hoffe natürlich, dass es den Jungs auch Spaß gemacht hat und sollen weitermachen und dann wird es schon. Spaß gemacht hat es den Jungs bestimmt. Du bist neu bei der Alemannia, wenn man dich auf dem Platz sieht. Du scheinst auch Spaß zu haben, hast dich gut integriert da in der Abwehr. Wie gefällt es dir bei uns in Aachen? Also mir gefällt es sehr gut. Ich fühle mich hier extrem wohl in der Stadt, in der Mannschaft, im Verein allgemein. Die Fans sind toll und ich hoffe natürlich, dass es so für mich persönlich weitergeht und dass es mit der Mannschaft auch aufwärts geht und dann passt alles. Dann sagen wir vielen, vielen Dank, Tobias Feisthammel. Ohhhhhhhhhh!